Moin meine Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Remake Mod. Dabei unsere Bodenarmee auszubauen und hier ein paar Raumstationen. Damit das hier langsamer fertig wird. Ich habe überlegt, wir kombinieren die Uglies mit den Z-95 Geschwadern, weil die machen halt gut damage. Was haben wir denn jetzt hier? 8, 9, 10, 11. Und dann immer die Z-95. So. Ja, ich weiß nicht. Also Raumstationen, ne? Hippory, lohnt sich das? Ich weiß nicht. Die Crew-Crew sind bereit für Aktion. Klar. Die Crew-Crew ist fertig. Die Crew-Crew ist fertig. Den können wir eben fertig bauen. So ja, wann gehen wir Tech 2? Sobald wir ein Einkommen von 10.000 haben, habe ich gerade entschieden. Was heißt gerade? Druckenwell, drunkenwell, drugwell, whatever. Alles Mandalorianer hier, ne? Krass. Ne, gar nicht. Das sind die Hutten. Oh Gott. Ich habe mich umzingelt. Mal gucken, ob der jetzt noch fertig wird da. Na, sieht gut aus. Sehr gut. So. Nice. Okay, Christoph, das greifen wir jetzt an mit sechs Truppen, umzüglich große Bodenhandler hatten wir ja noch nie. Nehmen wir mal noch ein paar Jäger nachbauen. Und dann wird das schon. Danach würde ich halt gerne auf jeden Fall links unten die Ecke holen. Als erstes, weil da gibt es Bespin, da gibt es Nebel, richtig viel Kohle. Und danach, wir werden mal gucken, wo wir Richtung Coruscant gehen. Und hier rechts weiter. Aber dann würden wir auf jeden Fall schon mal richtig gut knetet kriegen. So, dann haben wir noch einmal hier drin dran. So, die Idee ist, Anti-Fahrzeug, Anti-Infantrie. Zumindest laut Beschreibung. So, danke. Letztes Mal sind wir ja konsequent massakriert worden. Jetzt sollten wir erst mal hier hochgehen, bevor wir, ähm, mit zur Seite gehen, weil ich weiß, dass ich jetzt echt mit dem Turm bin. Ja, wir haben auch kein Geld, um was zu probieren. Ja, dann habt ihr ihn doch erst mal. Er macht ja schon mal echt gut damage. Man wird jetzt nur weiterlaufen. Ja, das sieht das verschne000er Ruder aus. Ich hoffe, man ist auch ein bisschen mal wie ein Klaut. Ja, weiter geht's. roger ready to go roll out roll out roll out roll out roll out roll out die kommen wir zum plan hatten wir kommen jetzt angefangen ich weiß ja hier wir treffen halt immer wieder traurigerweise transport ja, immer scouten das ist ein paar auch nicht stark, genau mach den Jungs wieder mal bisschen sicht du auch ich habe auf jeden fall noch truppen ich muss die mal vorfahren ich kann einfach mal rein da Irgendwie ein bißchen weird. Den haben wir. Ok, war halt so. So, ich habe jetzt. Wartung. 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 das ist das ist das ist das ist das ist das ist von hinten mm-hmm assault tank reporting for duty already moving out attacking targeting standing by yeah it's your running and now fire sir battlefield full speed time ready 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 to go what do you want me to hear reporting i might have some room left going oh oh heading out cool orders understood transport ready roger that i've got them on scopes we're ready targeting systems are online ready very good very nice christoph ist erobert hat mich gar nicht sooo viele aber doch schon ja ja system very nice ich kann auch direkt da bleiben ich wieder mit und wir bauen die wieder neu und ihr könnt da hin du kannst maja rammbol Ryan b Valley m le moham 201 we're waiting orders moving out now production summit ная uglies habe ich jetzt 22 nochmal welche bauma kann ich nicht genug uglies haben unser alte wirken weisheit würde ich würde eigentlich auch gerne machen 4000 für wie viel mehr 200 weiß ich ja also ich meine ich kriege ja dann 100 kredits mehr quasi schwierig das nächste ist ach genau hier nach scuro kann ich noch was sagen denn meine scouts jetzt gucken gehen okay wir haben den hutten 9 fregatten 5 matala class 11 davon haben dickes raum geschützt wir haben die flotte da und wir haben eine tech 3 also das habt ihr doch verloren jungs ja dann vernichten wir mal die hutten aber müsste ich habe die upgrades alle durchgeballert wird eine spannende schlacht ich glaube die haben nicht viele jäger oder das gute wenn meine flotte so zentral steht ich kann da super schnell reagieren wenn ich die flotte jetzt besiegt habe muss ich erstmal wunden lecken aber dann habe ich erstmal ruhe dann haben wir so 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 Z-95 hier. Over. Hmm. Frigate hier. Koordinaten bekommen. Wir gehen raus. Frigate en route. Ja, genau. Squadron reporting. Z-95, standing by. Accelerate to attack speed. Äh, weil, bis zu länger, kann das Geschützballern. Wann der Decomando? Wann der Decomando? Guarding target machen. Wir müssen die Orders. Ich werde da hin. Wenn da hinten wie jeht. Das ist gut ja. Dann habe ich den denn drin ok. Oha. Weapons armed. Enemies incoming. Weapons on right. We're waiting orders. On station. We are ready. Aufdruck. Weapons systems fully activated. Cruiser reporting. Armed and ready. Weapons ready. Setting course. Spacestation damaged. Nix hier ist Spacestation damaged. Jetzt muss ich hier eben kurz ein bisschen an die Micron. Also ihr alle. Da drauf. 422 Aglies. Scheiß drauf. Das ist was wir praktizten für. Weapons hot. Let's go. Fan out. Pick your targets. Breaking 2 engaged. Hey don't blow that wing. We can use that. Try and save that part for me. How fast can we get a salvage team out here? So die anderen hier. So die Schilder ausschalten. No die anderen. He'll caß den Schutzturm hier schonmal aufstellen. ich werde auch weiter rein immer freiwerfen ich fokuss den dann runter was darauf ballern so Wo ist denn... Das Schiff ist operierend. Okay, jetzt gehen wir gut. Jetzt gehen wir runter. und wir We've targeted the enemy, firing weapons. Find? We're going to attack position. They're circling around. We're going to position. Are you firing here or not? Is it off? We're going to position. Who is here? What are you? We're going to attack. We're going to attack. We're going to attack. We're going to attack. Mom Javelina. Are you working on? I'm biking here. That's a , I'm Patent. The morale here? Oh no. Okay, I'm prepared. meine kleine zusammen Ja. Ja. das war nicht alles Okay, jetzt muss ich kurz gucken, was ich für Möglichkeiten nicht habe. Ich habe jemanden finischen. Das war ein guter Kampf. Ich habe einige Verluste zugeführt. Was haben wir verloren? 13 und eine davon. Echt mehr nicht? Ja, scheinbar. Okay, ja cool. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.